Eine halbe Stunde war der Germanwingsflug 9252 von Barcelona nach Düsseldorf in der Luft. Dann reist der Kontakt zwischen Bodenkontrolle und dem Airbus A320 mit 150 Menschen an Bord ab. Kurze Zeit später, Gewissheit, Flug 9252 ist in den französischen Alpen zerschellt. Es gibt keine Überlebenden. Deutschland ist fassungslos angesichts der Katastrophe. Meine Damen und Herren, erschütternde Nachrichten erreichen uns aus Südfrankreich. Der Absturz der deutschen Maschine mit über 140 Menschen an Bord ist ein Schock, der uns in Deutschland und der Franzosen und Spanier in tiefe Trauer stürzt. Wie konnte es zum zweitschwersten Flugzeugabsturz in der deutschen Luftfahrtgeschichte kommen? Einen Tag nach dem Unglück präsentierten die Behörden erste Erkenntnisse. Der Co-Pilot Andreas Lubitz steuerte die Maschine demnach bewusst in einen Berghang. Massenmord im Cockpit. Diese Aufnahmen zeigen eine Simulation der letzten Flugsekunden für das spanische Fernsehen. Vor allem im Internet kursieren jedoch auch Zweifel an dieser Darstellung. Könnte Germanwings 9252 abgeschossen worden sein? Vernebelt die Gift die Sinne der Piloten? Robert Stein absolvierte in den 90er Jahren eine Ausbildung der Lufthansa Verkehrsfliegerschule und war später viele Jahre Sicherheitsmanager am Münchner Flughafen. Dass auch eine Woche nach dem Absturz der Flugdatenschreiber noch nicht ausgewertet werden konnte, macht ihn stutzig. Also das mit dem fehlenden Flugdatenschreiber finde ich etwas merkwürdig, weil diese Geräte sind so stabil gebaut, dass die also auch die härtesten Unfälle überstehen sollten. Die sind gegen Feuer gesichert, gegen Stoß. Die sind extra gepanzert. Die sitzen auch am Heck des Flugzeugs, das einfach statistisch gesehen die geringste Verformung aufweist, weil der Rest des Flugzeugs dann eben schon so viel Energie aufgeschnappt hat beim Abprall. Und dass man den Flugdatenschreiber gefunden hat, aber die Speicherkarte oder vielmehr die Speichereinheit fehlt, das macht mich irgendwie stutzig. Dass gerade dieses entscheidende Teil dann eben fehlt, das halte ich für sehr, sehr merkwürdig. Andere Fakten sprechen jedoch für die bisherigen Erkenntnisse der Behörden. Etwa das Trümmerfeld an der Absturzstelle in den französischen Alpen. Die Bilder, die ich gesehen habe, die sprechen für einen Impact mit unglaublich hoher Aufprallenergie. Das heißt, die kinetische Energie, die in diesem dutzende Tonnen schweren Flugzeug, das hat ja 100 Tonnen, das Flugzeug, wenn das mit 5, 6, 7, 800 kmh auf so einen Berg aufprallt, auf so ein schroffes Gelände, dann wirkt das schon wie ein ziemlicher Schredder, diese Leichtbau-Aluminiumweise von dem Flugzeug, das Flugzeug desintegriert dann einfach. Es bleiben nur noch einzelne Rumpfsegmente liegen, wie man gesehen hat, oder das Fahrwerk, das aus starkem Stahl besteht, das bleibt dann schon liegen. Aber man müsste mal das komplette Bild von oben sehen, die genaue Verteilung sehen, ob das auch wirklich konsistent ist. Aber allein aufgrund der Riesenenergie spricht das schon für so einen Absturz, wie man es uns erzählt hat. Das größte Rätsel ist bislang der mutmaßliche Todespilot Andreas Lubitz. Ohne eine erkennbare Reaktion soll er das Flugzeug in den Berg gesteuert haben. Auch ein Abschiedsbrief ist bislang nicht gefunden worden. Spricht dies gegen eine geplante Tat? Der Journalist Oliver Janich recherchierte unter anderem zu den Widersprüchen des 11. September 2001. Er hält derartige Überlegungen für sinnlos. Da sage ich, das ist keine Diskussion. Wir können uns auch nicht vorstellen, dass es Massenmörder gibt oder Serientäter. Also jetzt darüber zu spekulieren, müsste der da doch was sagen oder nicht, das ist einfach überspekuliert. Das ist ein offensichtlicher Mörder, Selbstmörder, wenn es stimmt. Und da kann ich ja nicht sagen, ja, ich hätte da zum Schluss noch mal einen Gruß an die Welt geschickt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Co-Pilot psychische Probleme. Vor einigen Jahren galt er als selbstmordgefährdet. Hätte dieser Zustand den übrigen Besatzungsmitgliedern nicht auffallen müssen? Die Fluggesellschaften haben eine rotierende Arbeitseinteilung. Das heißt, man fliegt ganz, ganz selten oder so gut wie nie mit der gleichen Besatzung nochmal. Der Pilot kommt heute zum Dienst und sieht am Morgen, am nächsten Tag schon wieder eine ganz andere Besatzung. Das ist meines Erachtens ein zu kurzer Zeitraum, um jemanden psychologisch so zu ergründen, ob der wirklich solche Probleme gehabt hätte. Hat die Ex-Freundin von Andreas Lubitz Hinweise auf eine geplante Tat des Co-Piloten? In der Bild-Zeitung sagte die Frau, die anonym bleiben wollte, ihr angeblicher Lebensgefährte soll indirekt mit einem Amoklauf gedroht haben. Sie und Lubitz seien gemeinsam fünf Monate lang durch Europa geflogen und hätten eine heimliche Beziehung gehabt. Doch wie wahrscheinlich ist so eine enge Zusammenarbeit an Bord? Ich halte das für ausgeschlossen, dass diese Meldung stimmt, weil die Fluggesellschaften haben ein Einteilungssystem, das quasi täglich rotierende Besatzungen vorsieht. Ich habe mit einer Stewardess gesprochen, die hat gesagt, sie kann einen Request machen, sie kann also einen Antrag stellen, dass sie ab und zu immer mal wieder mit der und der Person, mit befreundeten Besatzungsmitgliedern auf Tour geht. Das geht schon, aber es ist ausgeschlossen, dass jemand für fünf Monate lang permanent im gleichen Flieger eingesetzt war. Das kann ich nicht nachvollziehen. Auch der langjährige Regierungsberater und ehemaliger ARD-Mitarbeiter Christoph Hörstel kann in der Berichterstattung über den tatsächlichen Hergang des Absturzes keine beweisfähigen Aussagen entdecken. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gesagt, ich kapituliere vor einer Story. Die Berichterstattungslage ist so miserabel, Wenn sich die Lügenmedien weigern, richtig zu recherchieren und präsentieren dem zunehmend ratlosen Publikum absichtlich gegenläufige Storys, dann ist das Beste, was man machen kann, ist, man konstatiert das. Journalismus, eine Bewertung von Tatsachen, ist dann unmöglich gemacht, wenn einfach im Prinzip mit Fragezeichen operiert wird. Das ist ein ganz neuer Zustand und der ist hier eingetreten. Es gibt kein Ende an Spekulationen und da einzusteigen, warum denn? Auffallend ist, kurz vor dem Absturz von Germanwings 9252 tauchten zwei Miragejäger der französischen Luftwaffe im Unglücksgebiet auf. Was suchte das Militär zu diesem Zeitpunkt in der Umgebung des Verkehrsflugzeuges? Also dieser Absturz ist ein klassisches Beispiel dafür, was normalerweise passiert, wenn ein Flugzeug den Kontakt verliert zur Bodenverkehrskontrolle, zu den Fluglotsen. Das, was beim 11. September überhaupt nicht funktioniert hat, dass keine Abfangjäger aufgestiegen sind, hat da sofort funktioniert. Ein Flugzeug reagiert nicht und sofort steigen Abfangjäger auf. Also ein klassisches Beispiel dafür, wie es eigentlich sein sollte. Nachdem aber die Anwohner in der Gegend von zwei Explosionen berichtet haben, gibt es da auch schon wieder irgendwelche Unstimmigkeiten, wobei Zeugenaussagen natürlich nie so genau verwertbar sind. Aber auch da ist schon wieder irgendetwas, was nicht so ganz der offiziellen Version entspricht. Und man müsste schauen, welche Informationen da weiter rauskommen. Spekuliert wird zudem darüber, ob der Co-Pilot vergiftet wurde, etwa durch kontaminierte Kabinenluft. Also das gibt eine lange Reihe von Vorfällen mit gezapfter Kabinenluft, mit kontaminierter Kabinenluft, die dann dafür gesorgt hat, dass die Besatzung ohnmächtig wurde oder nicht mehr flugtauglich war. Aber ich halte das in dem Fall für ausgeschlossen, weil dieser Befehl, den Autopiloten einzuleiten, der wurde ja bewusst getroffen. Das macht ja der Computer dann nicht automatisch, sondern das muss einen anderen Zusammenhang haben. Ein möglicher Widerspruch? Entgegen der offiziellen Darstellung soll die Besatzung doch einen Notruf abgesetzt haben. Dies berichteten etwa Spiegel Online und der Fernsehsender N24 in den Stunden nach dem Unglück. Wenn es wirklich ein Notrufsignal gegeben hätte, würde das komplett die offizielle Theorie sprengen. Nur es gab nicht ein Notrufsignal, sondern es gab erste Berichte über ein Notrufsignal. Das heißt, wenn der allererste Journalist, wenn die DPA-Meldung, weiß ich nicht, gelautet hat, es gab ein Notrufsignal, weil ein Fluglotse eins geschickt hat und das falsch aufgefasst wurde, dann schreiben alle voneinander ab. Also das allein ist für mich jetzt noch kein Gegenbeweis, dass die offizielle Story nicht stimmt. Bis zu einem Abschlussbericht über die Katastrophe von Germanwings 9252 werden wohl noch einige Monate vergehen. Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. Wir sind gespannt auf euer Feedback zu unseren Beiträgen. Teilt bitte dieses Video und helft uns mit der Verbreitung dieser Informationen. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Noviso Total. Tschüss!